Jo, und da bin ich wieder zurück zu Let's Play Day 7. Mein Name ist Globo, jawohl. Weiter geht's. Wir gehen Richtung Starry. Starry, Starry, genau. Story. Ja, steht hier eigentlich gar nicht drauf. Aber da geht's nach Starry. Laut meiner Karte sollte es hier lang gehen. Äh, machen wir. Und sollte dann schon richtig sein. Erhoffe ich mir. Ja, wir hoffen jetzt einfach mal. Unterwegs gibt es jetzt keinen Brunnen oder geschweige ich irgendwas anderes. Also wird es ein sehr langer Weg. Und Hauptsache wir kommen auf den Weg nach oben. Irgendwie sind hier rote Fahrzeuge abgebildet. Sind das jetzt Bushaltestellen oder gibt es jetzt Fahrzeuge? Oh, was ist das? Oder wird da ein Fahrzeugsborn sein? Also das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ist jetzt hier so viel los, dass der Server stoppt immer? Jo. Also hier ist wirklich ganz schön was los. Aber wenn man guckt. Ich spiele auf dem Franzosen-Server. Und wir haben... Wo bin ich denn? Da. Und ich habe einen 21er, 20er-Pink. Das ist vollkommen okay, Leute. Das ist top. Ja. Wo ich in den Server-Details, also in die Server-Ansicht, wo man sich das angucken konnte, die ganzen Server. Da hatte ich da einen 50er. Also auf dem Server dann eine ganze Ecke niedriger. Also perfekt. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Also Franzosen, Niederländische waren wir jetzt schon drauf. Also da könnte er überall rauf gehen, ohne irgendwelche großartigen Ping-Probleme oder Performance-Probleme. Also laut News, die ich mir durchgelesen habe, soll es wohl auch keine Privathilfs geben. Also wenn es die geben soll, dann wird es... Werden die nicht unterstützt von ihm. Ähm, so sind die Informationen. Es sollen wohl nur... Also ihr dürft euch einen eigenen Server holen. Ja, wo man zum Beispiel auch nur so laufen darf. Wo man kein Fahnenkreuz hat. Wo man sich auf einer Karte anzeigt. Und dies und jenes. Also sowas soll es alles geben. Ja. Aber man darf halt kein... Keine Privatserver wohl anscheinend machen. Also laut meiner Karte... Ah, guckt mal. Wir haben gar nicht die richtige Karte. Wir sind ja Elektro und nicht Scherno. Also der Elektro-Teil fehlt uns. In dem Sinne. Waffe weg. Ähm. Soll es in dem Sinne kein... Soll es dafür keine Unterstützung geben. Und ja. Ich bin einfach sowieso gespannt, was da draus gemacht wird. Für mich ist es auf jeden Fall das Spiel des Jahres 2013. Weil es da herausgekommen ist. Und äh... So viele Sachen, die man machen kann. Wo ich mir das jetzt alles durchgelesen habe. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Man muss alles ausbessern von Waffen. Das ist eine Abnutzung. Die Axt nutzt ab. Und was weiß ich nicht alles. Ja. Also absolut episch. Was ich geil finden würde. Zum Beispiel wie bei der Feuerwehr-Axt. Dass sie stumpf wird. Ja. Aber dass wir beigehen können. Und können diese Axt wieder schärfen. Das würde mir gefallen. Ja. Man geht bei. Man hat so einen Schleifstein. Man setzt sich hin und... Man macht sie wieder schön scharf. Das wäre auch episch. Ja. Also sowas würde ich sogar zum Beispiel auch cool finden. So. Wir sind jetzt schon hier am See. Ich weiß ungefähr wo wir sind. So weit ist das gar nicht. Bewegt er sich schneller in dem Daisy? Also ich glaube schon. Wenn man jetzt hier wirklich schnell läuft. Das ist ja wirklich verdammt schnell. Vorm Spiel. Warum hängt der manchmal so? Also ich finde das schon verdammt schnell. Ja. Starry können wir uns wahrscheinlich noch gut ausstatten wieder. Und... Äh... Dann bin ich echt mal gespannt. Wie es da oben abgeht. Alle sagen da oben sollte es so übelst abgehen. Dass man... Äh... Ja. Meistens gar keine Chance hat großartig zu überleben. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und dann gibt es Serverhopper. Also dass man... Dass die Leute sich in diesen Militärgebieten in den neuen auslocken. Und gehen auf den nächsten Server. Und locken sich da ein. Also das muss er abstellen finde ich. Oh das muss er ja unbedingt dann abstellen. Leute. Weißt du wie widerlich das dann ist? Also Serverhoppen ist ja wirklich scheiße. Also da sie... Klar. Um sich auszustatten ist es... Das leichteste. Ja. Man läuft mit seinem leeren Schar dahin. Äh... Man geht durch das erste Gebiet durch. Wenn man es überlebt. Okay. Das und das habe ich. Und geht ins nächste. Klar ist das vielleicht... Zur Ausstattung... Äh... Das leichteste. Aber ist es das sinnvollste? Hm. Weiß ich nicht. Finde ich doof. Und da muss er einen Riegel vorschreiben. Äh... Vor... Vor... Legen in dem Sinne. Genau mit dem... Ja. Ich drücke jetzt Escape und hier... Beenden. Blub. Das kann ich auch wenn ich im Kampf bin. Aber das liegt ja drauf. Und wegen... Äh... Performance-Probleme... Äh... Hat er das ja... Oder lässt er das ja erstmal so. Ich bin einfach gespannt. Ja. Ich würde auch lieber die Grafik voll hoch drehen. Aber man soll es nicht. Weil... Wegen den Server-Problemen. Und... Ich tue es dann erstmal das, was in den Forums steht. Oder was er auch selber schreibt. So kann man ja ganz zurück gehen. Aber ich finde diese An... So habe ich immer bei dem Mod gespielt. Fand ich persönlich besser im Mod. So ganz hinten. Aber... Weiß ich nicht. Hier gefällt mir das so... Viel besser. Meiner Meinung nach. Schon wieder Hunger? Alter, was frisst denn die Alte? Ja, die sind zum Beispiel... Deadly Dammit. Also überhaupt nicht gut. Das ist gut. Die Pasta. Aber wieso können wir die... Achso, die Pasta musste ich jetzt... Neben... Da. Hauen wir uns doch erstmal hier ein paar Bohnen rein. Mim, 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 mim. Brunen. Jedes Brünnchen gibt ein Tötchen. So, weiter geht's. Wank and Beats. Irgendwie ist der Chat jetzt bei mir in der Mitte. Hm. Gab's doch ein Update. Für die Server. Mir sieht das schon fast so aus. Weil... Der Chat war ja sonst ganz links. Vielleicht gab es was für die Server und nicht für uns. Also für die Spieler. Kann ich mir gut vorstellen. Er wird ja jetzt nicht schlafen. Also 400.000 Exemplare wurden schon verkauft von Daisy. Leute, das ist heftig. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, wir kommen nach Starry. Und... Werden uns da gleich ausstatten. Oder... Noch mehr ausstatten, wie wir schon sind. Mich würde es auf jeden Fall reizen, noch mehr Sachen zu finden, dass man... Das verstehe ich gerade nicht mit diesen Rucklern. Äh, auf jeden Fall noch mehr Sachen finden. Noch besser ausstatten. Wirklich vielleicht mal hier ein paar Leute kennenlernen. So was würde mich einfach reizen. Jetzt sind Daisy und ich werde das jetzt auch angehen. Also Leute, die mir jetzt entgegenkommen, drücke ich F2 hier so. Und dann gleich Knopf drücken Friendly und German und bla 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 und... Ja. Um einfach hoffen, dass man mal ein paar Leute findet, wo man wirklich mal ein bisschen Spaß hat. Und hier sich auch mal unterhalten kann mit denen. Ja, wer vielleicht Daisy spielt oder so und hat mal Interesse mit mir zusammen zu spielen, kann das ja mal sagen. Man muss sich ja nicht im TS oder irgendwas treffen, sondern man kann sich ja auch im Spiel treffen, mal einen Tag ausmachen. Mache ich sofort mit. Ist gar kein Problem. Und dann können wir einfach mal eine Runde durch die Gegend latschen. Oder ich muss mal einen Stream machen. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben, ob ich vielleicht mal einen Stream machen soll. Von Daisy. Und dann, äh... Ja, vielleicht schreibt er noch mal rein. Ja, mach den und den Tag zum Beispiel oder mal zum Wochenende. Äh, dann können wir auch mal alle mitspielen mit dir. Und dann sag ich einfach den Server. Suchen wir uns einen ganz leeren aus. Und dann können wir wirklich mal eine Runde zocken. Hauptsache man wird nicht gleich umgenietet, weil da hab ich keinen Bock drauf. Das wär dann echt scheiße. Und dann wirklich mal eine Runde zusammen rumspielen. Und, ja, einfach Spaß haben. Das wird mich schon sehr reizen. Oh, ist der Rucksack größer oder ist das derselbe? Ach, ich drück jetzt immer den falschen Knopf. 25, 25. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was ist das? Defibrillator. Loool, wie geil, Alter. Epik. Wie geil. Es ist ja episch, Alter. Ich hol dich wieder, mein Schatz. Wie episch. Ja, Handschein habt ihr mir ja auch gesagt, dass man Leute fesseln kann. Das hab ich mir jetzt auch durchgelesen. Das stimmt ja wirklich. Das ist ja absolut geil. Also, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Von wo sind wir denn jetzt? Wir sind von da gekommen. Da haben wir reingeguckt. Ja, Leute, wie laufen wir denn jetzt? Wir sind von da gekommen. Das ist jetzt die erste Abbiegung. Wenn ich jetzt rechts abbiege, da unten ist ein Brunnen. Und da unten an der Kreuzung. Aber trinken müssen wir jetzt noch nicht. Also gehen wir jetzt erstmal hier uns umschauen. Und dann gehen wir vielleicht zurück. Und gehen da nochmal saufen. Ich hab grad was gehört. Schon wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier nichts. Weiter geht's. Ja, die Türen sind alle noch zu. Da hat er ja gesagt, da soll ich reingehen. Das wird sich lohnen. Coolie brauchen wir nicht. Die Tür kriegen wir nicht auf. Stell dich mal hin. Wenn die liegt oder wenn die so in der Hocke ist. Finde ich doof. Was haben wir hier noch? Da ist nichts. Und hier geht's wieder raus. Da drin waren wir auch noch nicht drin. Gehen wir doch mal weiter gucken hier. Hört ihr eigentlich irgendwann selber auf zu essen? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Anscheinend. Was ist das denn? Cornflakes? Oh. Mann. Vielleicht kommt es gleich wieder. Mal grad einen Augenblick warten. Manchmal kommt das ja wieder. Mist ey. Ich lerne das nur. Mal sonst hier noch irgendwas. Oh Mutti. Was hängst du denn da? Komm mal runter. Na wir haben hier. Die sind jetzt weg. Schade. Hätte ich jetzt gerne gesehen was das ist. Da waren wir. Hört ihr da das immer? Hört ihr das immer? Ich weiß nicht. Hört ihr das auch? Komische Geräusche. Machen. Machen wir das immer. Das macht mich grad ganz Fickenös hier. Es würde mich ja nicht wundern, wenn sie uns hier gleich ein von Latz hauen. Wir leben ja gerade. Oh, da ist der Weg zu Ende. Wundern wird's mich nicht. Wir haben ja noch eine Dose zu trinken, aber da unten ist ein Brunnen. Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt die Dose mir reinferkeln. Wie sieht das denn hier aus? Oh, den Rocket, Mann. Widerlich. Wieso können wir denn das Tor nicht aufmachen? Jetzt geht's. Widerlich. Der hat ja hier eine Scheiße eingebaut. Da wird ja ein ganz komisch. Ah, ah. Halt doch nicht immer nach außen. Ist schon wieder. Na, der ist gut. Äh, der ist... Der hat schon leicht eine Grütze. Die ist richtig gut. Die aber auch noch. Bäh. Ah. Na, die ist nicht optimal. Oh, Entschuldigung. Ist nicht optimal, aber nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Okay. Machen wir da drüben jetzt schon drin. Denke ja. Könnt ihr auch mal schreiben, ob euch schon so ein torteres Bein gebrochen hat. Das würde mich auch gerne mal interessieren. Halt. Ja, die geht da außen auf, ne? Der hat ja auch noch nichts versteckt. Was war das gerade für ein Geräusch hier? Ey, die Geräusche machen mich fertig, Leute. So, und wir haben gesagt, wir gehen hier runter und gucken, ob wir hier unten noch was zu saufen finden. Äh, den Brunnen noch nutzen. Auf jeden Fall. Ja. Also, den Brunnen nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Ohne gehe ich hier nicht weg und saufe erst wieder. Ihr habt mit Sicherheit bald wieder durch die alte Schnalle hier. Na, hier sind die Türen auf jeden Fall schon aufgewiesen. Also wird es hier wahrscheinlich nichts mehr geben. Irgendwie ist die Kamera an sich total bekloppt gerade. Ja, Leute. Ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Daisy Standalone. Wir werden mal gucken, was uns hier wirklich noch erwartet. die stelle ich mal gerade hier hin und werde gerade die Karte rauszoomen und dann geht es weiter. Bis gleich. Ciao, ciao. Euer Gabur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.